Meine Damen und Herren, was geht ab? Wir sind gerade im Livestream. Herzlich Willkommen auf dem legendären Monkeys U-Kanal. Der liebe Tridan hat sich die Mühe gemacht und so übertrieben viele Recherchen betrieben. Und zwar hat er alle Tode bis zu dem jetzigen Zeitpunkt aufgeschrieben und herausgepickt und das alles in einem Video verpackt. Wir werden uns alle Tode angucken. Ich werde natürlich einige Sachen dazu sagen. Deshalb Leute, lasst einen saftigen Like da. Checkt natürlich auch Tridan unten in der Videobeschreibung ab. Und wir gehen jetzt rein. Let's go! Teilen ist ungefähr bei der Hälfte des Projekts angekommen. Die Hälfte aller Herzen sind mittlerweile weg, Leute. Und ich habe überlegt, dass ich einfach mal alle Kills und alle Tode, die bis jetzt stockgefunden haben, zeige, Leute. Deswegen lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr einen Teil 2 sehen wollt, dann lasst euch wissen in den Kommentaren. Haut rein und jetzt viel Spaß mit dem Video. Er sagt haut rein, also wir uns nicht verabschieden. Und dann fangen wir uns direkt an mit dem ersten Kill und zwar killt Vive Alpha Stein. Look at! Look at! Was machst du? Der allererste Kill, Leute. Für YouTuberin sind eins, für YouTuberin sind zwei. Der allererste Verrat in dem Projekt. Aber man muss dazu sagen, Vive hatte noch die Vorgeschichte von YouTuberinsel mit einbezogen gehabt. Das war der Grund, warum er ihn direkt in der ersten Folge gekillt hatte. Gib dir direkt. Ob das cool ist oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Hey! Was machst du? Aber damit war Alfie der erste, der unnötigen Herzballon hat. Hier sind wir nur der ersten Kill von iCrymax. Das war auch so ein unnötiger Kill, Leute. Also ich meine unnötig Herzballon von iD. Ihr wollt keinen Ärger. Ihr wollt nur sagen, du bist One-Shot mit dem Bogen, Blackjack. Das war so aus Versehen. Nein, Max! Und das Ding ist, er ist dann sogar in den Clan von Max gegangen, nachdem er so gekippt worden ist. Du bist One-Shot mit dem Bogen, Blackjack. Ey, das gibt's nicht! Oh mein Gott! Kiesel, wir den ersten Kill von Russack. Jungs, hier! Jungs, ich bin ein, der da, der ist ein Krieg. Jungs, ich hab Stalin, ich hab Stalin! Jungs, ich hab Stalin! Jungs, ich hab Stalin! Das war wirklich der erste richtig coole Kill in dem ganzen Projekt, Leute. Das war auch ein Kill, wo, hab ich auch vorhin schon im Stream erzählt, als Russ sich da reingerannt ist, zack, mit Lava einmal. Das war ein schöner, guter Kill. Ich bin ein, Jungs! Oh mein Gott, Bro, wo sind die denn alle? Das ist wie die Falle, mit der Ente insgesamt vier Leute geholtert hat. Ja! Let's go! Let's go! Ja! Jetzt zeige ich euch die Perspektiven, die dort gestorben sind. Unsere Pfandflasche. So, du bleibst schön hier. Unsere Pfandflasche. Ich sag gleich was dazu. Oh mein Gott! Obwohl ich kann ja eigentlich jetzt, wir sehen ja eh nur die Perspektiven von den anderen. Nein! Ich finde, das war so der, die krasseste, Planung im ganzen Projekt, was Kills angeht. Dafür haben wir drei Tage oder so geplant und alles ging auf. Und man muss dazu sagen, jeder Einzelne, den wir da sehen, wäre eigentlich draufgegangen, wäre der Server nicht auf einfach eingestellt. Wäre auf, auf, auf normal, wäre jeder Einzelne, der dort hochgegangen ist, komplett direkt rot gewesen. Ohne, dass man nach oben fliegt. Das war auch ein unnötiger Kill, dass Yami da hingegangen ist. Nein, 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 nein. Das war klar, dass Yami da kill. Und Yami hat da unnötigen Herz verloren. Hätte auch nicht sein müssen. Jetzt sind wir den Ersten von DENERGY und zwar von ICRIMAX. Die haben wir alle nicht damit gerechnet, dass sie die Ambulzstrafe machen. Das war so unerwartet irgendwie. Auch Amir hat seine Ersten von DENERGY gemacht. Nein. Amir. Auf Wiedersehen. Das fand ich von Blackjack auch so lau, dass er da nichts gemacht hat und einfach wie so ein Bummi da drinnen stand. Also gerne nicht Amir den Kill, aber von Blackjack war das so lau. Guck mal, was er hier macht. Da könnte er doch Wassereimer und alles platzieren. Er guckt sich erstmal um. Und hier hätte er wenigstens Wasser einmal riskieren müssen. Warte, warte, warte. Water-Imagey hat er auch nicht gemacht. Zwei Facecam, sorry. Freunde. In diesem Club wurde DENERGY überrascht und somit hat DENERGY nach dem Kill von Banks nur noch ein einziges Herz. Du machst bitte. Bitte Banks, bitte Banks, bitte. Tut mir leid, tut mir wirklich leid, aber... Ich flehe dich wirklich an, bitte. Verstehe ich aber von den Ampelkriegern. Das war also. Die Rache für die Königstrieger zu dem Zeitpunkt. Bitte. Auf diese Aktion haben die Killskirchen reagiert und haben somit Gambo getötet. Leute, aber wir können... Wir müssen jetzt Banks zitieren. Ich habe direkt am Anfang der Aufnahme gesagt, wir machen keine halben Sachen mehr. Genau, und das ist das du kannst du auch machen. Das war auch ein bisschen zu unnötig von Ente. Anstatt, dass wir Gambo noch ein bisschen nehmen und irgendwie Faxen mit ihm machen, hat er ihn direkt gekillt. Da war ich schon richtig sauer, weil ich habe Ente da angerufen gehabt und gesagt, Ente, ich habe die Base gefunden. Anstatt, dass er mir den Kill lässt und alles, hat er ihn da einfach weg als. Das fand ich uncool. Ich hätte auch alleine da hingehen können. Nein, 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 nein. Das Ganze! Nein! Danach gab es das erste 1 gegen 1 und zwar hat Alphastein Icarimax besiegt. Ja! Das war auch ein cooler Fight. Ok, 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 ok. Der Kampf war wirklich sehr spannend und wir gucken das Ganze nochmal aus Icarimax Sicht an. kurz danach kam es vom 2 gegen 2 zwischen russig und banks gegen mbk und zu und da ist russig gestorben ich hätte gern diesen mbk gehabt in dem fight mit floh weil in diesem fight hat der mbk paar tage vorher noch aktiv gezockt und auch trainiert und alles und dann irgendwie in dem fight mit floh war er ja richtig eingerostet leider auch ein richtig schöner fight hat bock gemacht ich frage mich was hier passiert wäre hätten wir vorher die regel gehabt wir dürfen nicht abhauen was wäre passiert wenn mbk und ich auf banks gegangen wären und natürlich auch muss man sagen unlucky von rustig dass er keine gold fb mehr mitgenommen hatte da denke ich mal auch warum nicht einfach ein steak oder so mitnehmen oder vielleicht jemand anderes oder aus seinem team fragen tötet ihn durch numbers nein 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 mark bekannt für seine amt strafen auf amir das war der zeitpunkt wo er noch ein herz hat das trotzdem geschafft ryan durch eine trap zu töten alles gut ryan hier zu gutmütig hat dann das gute geglaubt und echt auch dumm sein herz verloren das ganze aus ryan sicht warte kurz muss ich hier weg machen alles gut ja das war ein richtig dummer kill also guter kill für denergy aber dumm gestorben von ryan was das war bis jetzt der spannendste kampf 2 gegen 2 banks und flow gegen mbk und zu hier steht mbk als allererstes schuhe kaputt schuhe kaputt schuhe kaputt er ist gut schuhe kaputt mbk ja das war für mich auch mein favorite kampf bis jetzt gleich darauf hat schuhe auch kaoslo getötet ja sein helme muss auch bei da sind es auch weg pass auf diesen kill fand ich auch schön direkt aggressiv rein ich hab'n kill das ist irgendwie nicht das ganze guck uns doch mal aus trüßperspektive an ja sein helme muss auch wechseln einfach pass auf hier sogar zweimal nicht getroffen Leute noch einmal nicht getroffen und dann ja letztendlich ist schuhe als letzter in diesem kampf down gegangen wir gucken uns das ganze mal aus bank spektive an hier hätte ich auch so gern noch meine schuhe und meinen helm gehabt und dann richtig gegen banks gefeiert ist aber den fight kriege ich ja noch auch alter boller hat mit einem herzen alpha stein getötet jetzt das ist eigentlich er hat alvi sich selber sogar gekillt mit enderperle keine chance lol was ja ja alpha stein ist durch seine eigene enderperle gestorben ich hab'n 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 ja okay der war nice seid ihr auf dem normalen feld wieder ja oha ich sehe euch nicht oho 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 und hier nochmal aus gommers perspektive oho 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 Jack, der gerade aus dem Gefängnis geflüchtet ist, getötet. Es war halt schwierig für Blackjack hier irgendwas zu machen, weil er keine Rüstung hatte. Hier wäre es komplett schwer gewesen für Blackjack abzuhauen und eine Enderpelle. Nach diesem Tod hatte Blackjack noch ein einziges Herz. Er hätte sich vielleicht einfach so komplett zubauen müssen. Nicht nach oben, sondern einfach zubauen. Da kam die Reaktion ein bisschen zu spät. Ja, das war so der Zeitpunkt, wo die Anti-Helden plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht sind. Ein mysteriöser Clan, der von Anfang an anscheinend irgendwie schon ein Plan war von Yami. Das ist krass. Ab dem Zeitpunkt gingen noch mal Minecraft-Helden richtig ab. Mit diesem Tod ging quasi eine neue Ära los in dem Projekt. Und hier nochmal aus iCrymex-Sicht. Und man muss dazu sagen, da fehlen jetzt noch die zwei aktuellen Kills. Die gucken wir uns auch jetzt kurz nochmal an. Und zwar von Kian, Leute, der ein Herz abgezogen hat. Ich verliere mein erstes Herz. Und im Chat könnt ihr mal nochmal kurz schreiben, haben wir sonst noch alle anderen Herzen aufgezählt? Oder fehlt noch ein Herz? Diesen Tod packen wir auch nochmal rein, Leute. Und zwar der Kampf gegen Fake Elina. Aber Ryan war das. Witzel, Elina, ich will kein Gold-App-Feeder, deswegen verschwenden. Und Yami auch noch. Und Yami hat auch noch ein Herz verloren. Genau. Gucken wir uns auch wieder an. Dann sterbe ich. Ich ziehe meine Rüstung jetzt aus. Das ist der aktuellste Kill, Leute. Ich bitte dich, hör auf, mich weiter zu gehen. Du bist der Grund, warum ich ein Herz verliere, wenn du weitermachst. Wie ist dieser Kill entstanden? Okay. Er wollte Elina retten. Ryan war die ganze Zeit aber Elina mit einer Fake-Skin, weil er von Yami erpresst wurde. Du bist der Grund, warum ich ein Herz verliere, wenn du weitermachst. Greif mich bitte nicht mehr an. Kian, du musst wegrennen, ach ne Falle. Kian hatte sogar seine Rüstung ausgezogen. Sieht man das hier irgendwo? Was denn? Was wollt ihr von mir? Ey, bitte, Elina, hör auf, bitte. Kian, Kian. Er greift nicht einmal an, weil er wirklich denkt, dass das Elina ist. Er greift mich nicht an, ich will dich nicht angreifen. Guck mal, ganz ehrlich, hör mir zu. Bevor wir weiterfalten, hör mir bitte zu. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist einfach, ich hab's versprochen. Elina, guck mal, hör zu. Wenn du mich jetzt weiter angreifst, dann starr dich. Ich zieh meine Rüstung jetzt aus. Das ist One-Shot. Ich bitte dich, verhör auf, mich weiter zu gehen. Du bist der Grund, warum ich ein Herz verliere, wenn du weitermachst. Aber dass er auch, also Kian, das check ich nicht, dass du denkst, dass die anderen dich da hier nicht angreifen. Greif mich bitte nicht mehr an. Ich kann das nicht. Hä? Ja, du musst wegrennen, das ist ne Falle. Was war das so? Ja, das ist ne Falle. Weil letztendlich, Yami killt ihn ja jetzt. Bam. Yami killt ihn. Und wir gehen jetzt rüber zu Yami, Leute. Dann haben wir, glaube ich, alle aktuellen Kills. Yami, Yami, Yami. Elina, sorry, Enter. Wo ist der letzte Kill, Leute? Der finale Kampf gegen iCramax. Letztes Herz weg. Das müssen heute ist es so ein. Äh, äh, okay. Aber, nein. Tausendürlis mit meinem F***. Ja, hier. Ich hab vergessen. Aber wenn die in 2, 3 Hits gibt, muss ich leider sagen, ich kriege halt über Schaden. Lösch, 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 lösch. Max hat sich gut PvP-Trainien gemacht. Und paar Tipps. Ja, die Tipps sind eh egal, stimmt, nehme ich zurück. Ich bin ja Schiri, bin neutral. Vergiss nicht, Yami, du kriegst mehr Schaden als er, ne? Viel mehr sogar. Und... Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Nein. Nein, wie was war's? Damit haben wir alle Trude in Minecraft Helden. Alle aktuellen. Alle aktuellen Trude in Minecraft Helden in einem Video. Freunde, lasst auf jeden Fall einen saftigen Like da. Aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns im nächsten Video. Hot rein. Ciao.